Hat jemand einen Musikwunsch? Ja. Nein. Mom, kann ich mit Joy zu uns rüber gehen? Aber setz dir eine Mütze auf. Wo sind eure Schwestern? Anna? Joy? Ich kann sie nicht finden! Detective Loki, ich werde ihre Töchter finden. Wir haben ein verdächtiges Fahrzeug gefunden. Zeig mir deine Hände sofort! Hast du die Mädchen irgendwo versteckt, Alex? Nein. Doch, ich weiß das ganz genau. Wir haben nichts gefunden, der Wagen ist sauber. Die Polizei sagt, er wird heute freigelassen. Er war es. Ich kann es in seine Augen sehen. Sonst läuft die Zeit weg. Und jeden Tag fragt sie sich, warum ich nicht da bin. Ich bin mir sicher, die Kinder sind noch da draußen. Was zum Teufel hast du getan? Jemand muss ihn zum Reden bringen, sonst werden sie sterben. Ich sag es, wie es ist. Antworten! Mit Eigentum kann man machen, was man möchte. Oh! Komm her! Mr. Alps! Komm her, hab ich gesagt! Vor einigen Tagen war ich noch bei meiner Familie. In meinem Haus soll das alles verloren sein. Wenn du überleben willst, tu und sag so wenig wie möglich. Ich habe die Wahrnehmung von uns. Ich habe die Wahrnehmung von uns. Ich habe die Frau, dass ich das zufassend.